Hallo und willkommen zu einem neuen Feuerwerksvideo von mir. Heute gibt es die Beastmaster, eine fette Batterie, die ich jetzt gerade nicht mit einer Hand irgendwie fassen konnte, weil sie echt groß ist. Hat ein tatsächlich 29er Kaliber, eine Pyromult-Batterie scheinbar. Nein, das ist nicht. Hm, das habe ich mich vertan. Okay, nicht drauf geguckt ordentlich. Gut, wir haben hier Angaben von unglaublichen 2,5 Kilo zu 342 Gramm. Ja, dann hole ich sie noch raus. Ja, echt Hammerteil. Und dann kann ich euch nur noch viel Spaß wünschen. Hier innen drin ist wiederholt. Aber egal, großes Kaliber, viel Spaß bei der Zündung. So. Aua. Beastmaster. Ja, wunderbar. Das war eine schöne große Batterie. Und dann freuen wir uns auf neue Videos. Ach, wie ging jetzt gleich nochmal mein Spruch? Es ist bald um viertel sechs, halb sechs früh. Ja, bis zum nächsten Video. So war das. So war das. So war das.